Hallo und herzlich willkommen zu Ihrer täglichen Dosis Ikea. Also gut, fangen wir an. Verbessern Sie die Funktionalität Ihres Hauses mit dem Ploga Vertical Hook Rack. Diese flexible und platzsparende Lösung ermöglicht es Ihnen, kleine Bereiche mühelos in intelligente Stauräume zu verwandeln. Perfekt für Jacken, Taschen oder andere Gegenstände, die Sie in Reichweite haben möchten, ist es eine stilvolle und praktische Ergänzung für jeden Eingang oder jedes Schlafzimmer. Mit der Meuliet Betttaschenaufbewahrung haben Sie die wichtigsten Dinge Ihres Kindes immer griffbereit und organisiert. Diese Aufbewahrungslösung mit Taschen ist für alle Kinderbetten geeignet und bietet eine praktische Möglichkeit, Kopfhörer, Handy oder das Lieblingsbuch immer griffbereit zu haben. Verleihen Sie Ihrem Wohnbereich mit der Ekenaset Bank einen Hauch von skandinavischem Design der 1950er Jahre. Dieses stilvolle Retrostück verleiht Ihrem Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Flur eine zeitlose Ausstrahlung. Genießen Sie robuste Sitzmöbel in Kombination mit klassischer Ästhetik für eine gemütliche und einladende Atmosphäre. Vereinfachen Sie Ihre Reinigungsroutine mit dem Varira Mülleimer. Seine abgerundeten Ecken verleihen ihm nicht nur einen Hauch von modernem Design, sondern machen auch die Reinigung zu einem Kinderspiel. Dieser funktionale und stilvolle Mülleimer passt mühelos in jeden Raum. Entfesseln Sie Ihre Kreativität mit dem Svenschuld-Wandregal. Diese vielseitige Aufbewahrungslösung lässt sich auf verschiedene Arten anbringen, sodass du einzigartige und persönliche Muster an deiner Wand kreieren kannst. Mit diesem Ikea-Schmuckstück trifft Praktikabilität auf Personalisierung. Optimieren Sie Ihre Küche mit der Blunder-Servierschüssel. Ihr schlichtes, aber natürliches Design aus rostfreiem Stahl garantiert Langlebigkeit und leichte Reinigung. Die vielseitig einsetzbare Schale verleiht Ihrem Tisch einen Hauch von Raffinesse und hält ein oder zwei Leben lang. Lassen Sie sich von der Natur inspirieren und organisieren Sie sich mit dem Trummis Waste Paper Basket. Das handgefertigte Geflecht und die natürlichen Farbvariationen schaffen ein warmes und ruhiges Ambiente und verwandeln jeden Raum in eine angenehme Oase. In diesem Ikea-Schmuckstück trifft Praktikabilität auf Ästhetik. Mit der lindrande Kerzenschale verleihen Sie Ihrem Zuhause eine ganz besondere Atmosphäre. Diese Schale eignet sich perfekt zum Aufstellen von Teelichtern und verleiht dunklen Morgen- und Abendstunden einen Hauch von Brillanz. Das verschlungene Muster lässt das warme Kerzenlicht durchscheinen und schafft eine gemütliche und einladende Atmosphäre. Erhellen Sie Ihren Raum mit dem Winterfint Teelichthalter. Das dekorative Muster unterstreicht den warmen Schein des Kerzenlichts und schafft ein charmantes Ambiente. Dieser Teelichthalter ist eine kleine, aber wirkungsvolle Ergänzung für Ihr Heimdekor. Verabschieden Sie sich von matschigen Salaten mit der Apfel-Salatschleuder. Diese praktische Lösung macht das Spülen und Schleudern Ihres Salats schnell und einfach. Die dazugehörige Schale dient nicht nur als Schleuder, sondern präsentiert Ihren frischen und knackigen Salat auch stilvoll. Genießen Sie das herrliche Aroma von frisch gebackenem Brot mit der Hämmerback-Brotbackform. Die Antihaftbeschichtung sorgt für eine goldbraune Oberfläche, sodass Sie Ihre leckeren Kreationen leicht herauslösen können. Backen Sie mit Zuversicht und genießen Sie das einfache Vergnügen von selbstgebackenem Brot. Erhöhen Sie Ihre kulinarischen Präsentationen mit der Poetisk Oven Dish. Diese Auflaufform aus Keramik mit ihrer klassischen ovalen Form und der glänzenden, cremefarbenen Oberfläche eignet sich zum Backen und Servieren verschiedener Gerichte. Sie ist zeitlos und elegant und wertet die Ästhetik Ihrer Küche mühelos auf. Erhellen Sie Ihren Raum mit der Sodakra Pendelleuchte. Gefertigt aus geformtem Birkenfurnier bringt diese Lampe im skandinavischen Stil weiche Formen in Ihren Raum. Ob über einem Esstisch, im Flur oder im Schlafzimmer, sie bringt Form und Licht in Einklang. Verleihen Sie Ihrer Beleuchtung einen Hauch von Eleganz mit dem Lampenschirm Mürhult. Dieser klassische Textilschirm lässt das Licht sanft durch den Stoff scheinen und schafft so ein weiches und dekoratives Ambiente. Verschönern Sie Ihren vorhandenen Lampenfuß oder kombinieren Sie ihn mit einem der Ikea-Angebote. Bringen Sie Ordnung ins Chaos mit dem Scab Box Set. Diese kleinen, aber mächtigen Boxen sind perfekt, um Socken, Wäsche und Accessoires in Ihren Schubladen zu sortieren. Sie sind vielseitig und praktisch und können überall dort verwendet werden, wo Sie etwas Ordnung brauchen, sogar im Badezimmer. Wenn Du es bis hierher geschafft hast, bedeutet Dir Deine Unterstützung sehr viel. Bitte gib dem Video einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Das hilft mir wirklich sehr, mich zu unterstützen. Ich danke Euch! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.